Musik 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 Jennifer, ich komm hoch! Ich hoffe du bist nackt! Musik Geh nicht einfach zu nackten Jennifer, oh warte Hier ist 3 Auf der Treppe Auf der Treppe habe ich 11 Grad Das ist mir gar nicht aufgefallen Oh lol Ja hier hatte ich gerade nur 3 Hier hinten ist ein Blutzfelder Ja Äh war das jetzt eigentlich ein Gruppengeist oder nicht? Bist du da? Weiß ich nicht Bist du hier? Oh, Next! Ich bin der Nächste wo dran ist, okay Danke! Nein, ich glaub das sollte heißen neben dir Next Bist du einsam? Bist du da? Vor dir Moment Wer hat dich umgebracht? Wer hat dich umgebracht? Guck auf du Kronenschwarte Schreib was ins Buch Der hat nur geantwortet wie ich allein Ich geh schon mal weitere Ausrüstung holen Ja, ich schreib nicht Soll ich im Van bleiben oder was? Ja, guck mal kurz ob da ein Orb ist Ich räuchere mal aus Siehst du ein Orb? Ne Die U-Vorlampe Ja Wir haben die U-Vorlampe Sicher dass du kein Orb siehst Was haben wir denn jetzt? Wir haben Geisterbox Was noch? Ja, es ist oben Ich schwör Ich schwörs Hier ist an der Treppe ist eure Kälte, Sven Bei der Treppe hier ist es 3 Grad Also hier ist grad mal 3 Grad, ja Ich hör das Wasser, aber von wo kommt denn das? Komm mit, hier Hier Ohne bei Treppe ist es zu schluss Eve Komm her Komm her Ja Doch, hier Wo? Hier drinnen Warte Ah stimmt, hier ist doch im Raum Warum? Oder ich täusche mich Oh, die wollte ich grad nehmen Ah, gesehen, gesehen, gesehen Im Flur Da steht keiner Oh Doch, da stand einer Da stand einer Er hat ein Foto gemacht Oh stimmt, ja Toys, sehs nicht Hat sich nämlich wie ihr am F5 angehört, aber ich kanns dir nicht sagen Gut, geh schon mal hoch Oh, das war wieder dieser ekelhafte Geist, glaube ich Mhm, mhm Okay Wie? Wie? Nee. Wie? Ok, also haben wir es. Wir gehen raus, wir haben es. Ich war mir aber nicht sicher. Ah ja, gut. Also war es jetzt Ebene 5. Oh mein Gott. Lalalalala. Dann haben wir alles. Der war eben grad hinter mir. Da, Bewegungssensor, da ist er. Oh, das ist ja schon wieder, das hässliche Kind. Ich seh's grad auf den Bildern. Ja. 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 Ich war in Uni. 120. Ja. 140. Ich auch. Ja. 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 Ja.